Künstliche Intelligenz hat neue Möglichkeiten in der Videopostproduktion eröffnet und Black Magic Design gibt uns unter dem Namen DaVinci Resolve Neural Engine einige mächtige Werkzeuge direkt an die Hand. In diesem Seminar werfen wir einen detaillierten Blick auf genau diese Werkzeuge, schauen was sie für uns leisten, wie sie sich von herkömmlichen Verfahren unterscheiden und wo die Grenzen liegen. Die DaVinci Resolve Neural Engine bietet inzwischen Werkzeuge in allen Arbeitsbereichen von Resolve an. Das reicht von der Medienorganisation mit Personenerkennung über Bildvergrößerung mit Superscale bis hin zu Dingen wie Selektion von Gesichtern, Personen, Objekten für die Farbkorrektur oder für visuelle Effekte. Selbst im Audiobereich findet die Neural Engine inzwischen Anwendung. Alle Verfahren mit der Neural Engine erfordern die Studio-Version von DaVinci Resolve und dieses Seminar richtet sich an Anwender, die bereits Grundkenntnisse im Videoschnitt mit Resolve haben. Es werden auch Effekte in der Color Page und in Fusion gezeigt und in Fairlight. In diesen Arbeitsbereichen erwarte ich allerdings keine tiefen Vorkenntnisse. Wenn du live an dem Seminar teilnimmst, hast du wie immer die Möglichkeit, dich per Chat zu beteiligen und Fragen zu stellen. In jedem Fall kannst du natürlich im Anschluss das Seminar herunterladen und ob live oder im Download, ich freue mich, wenn du dabei bist.